Musik Guten Tag meine Damen und Herren, und seien Sie in der Nacht gegrüßt an einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Sendung begonnen über Gesetze zu sprechen, aus dem Alten Testament, um herauszufinden, ob die heute noch gültig sind oder nicht. Und wir hatten uns ja eingehend mit dem Opfergesetz beschäftigt und auch mit dem Bund, den Gott mit den Leviten geschlossen hat. Und ich möchte heute eine weitere, sehr provokative Frage an sich stellen und eine Frage mit Ihnen behandeln, die vielleicht ebenso missverständlich ist bei vielen wie vielleicht das Gebot des Sabbats oder das Gebot der heiligen Festtage. Ich spreche von dem zehnten Gesetz. Ich spreche von einem Gesetz, das es im Alten Testament gegeben hat, das es im Neuen Testament gegeben hat, das es heute noch gibt. Und viele sind allerdings der Auffassung, dass das zehnten Gebot heute auch abgeschafft sei, wie so viele andere Dinge auch, wie Sie meinen. Und wir wollen uns heute einmal anhand der Bibel diese Frage ansehen. Und diese Frage ist wichtig zu verstehen, nicht nur im Hinblick auf das zehnten Gesetz, sondern auch im Hinblick auf die Kirche. Im Hinblick auf Jesus Christus, der ja das Haupt der Kirche ist. Denn viele meinen, heute braucht man auch keine Kirche mehr. Oder es ist genug, wenn man ein individuelles Verhältnis zu Jesus Christus hat. Da braucht man keine Organisation beizutreten. Wie verhält sich die Bibel dazu? Was sagt uns die Bibel dazu? Wir sind nicht daran interessiert, was uns Menschen sagen. Aber was sagt uns die Bibel dazu? Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle an im Buch Malachi. Das ist ja der berühmte Prophet des Alten Testamentes, der letzte Prophet zeitlich gesehen. Der tätig war, bevor Jesus Christus kam. Natürlich kam zunächst dann Johannes der Täufer. Aber ich spreche jetzt vom Alten Testament. Und schauen wir uns einmal an, was Malachi uns sagt. Aber Malachi sprach von der Endzeit. Der ganze Zusammenhang des Buches geht um die Endzeit. Geht darum, wie die Zustände aussehen werden, kurz vor der Wiederkunft Christi. Und da lesen wir in Malachi Kapitel 3. Angefangen in Vers 8. Da stellt Gott die Frage und achten Sie darauf, wie er die Frage stellt. Manche sagen heute, der Sabbat zum Beispiel, der ist ja für die Juden gemacht worden. Der gilt nur für die Juden. Sie sprechen von dem jüdischen Sabbat. Aber Christus hatte gesagt, dass der Sabbat für den Menschen gemacht worden ist. Und als Adam und Eva erschaffen wurden, da gab es ja noch keine Juden, aber da war ja auch schon der Sabbat erschaffen worden. Und so lesen wir hier etwas ähnliches im Hinblick auf den 10. Da heißt es in Vers 8, ist es recht, dass ein Mensch, also nicht nur ein Jude, nicht nur ein Israelit, ein Mensch, Gott betrügt. Und die Situation bezieht sich auch nicht nur zum Beispiel auf Kirchenmitglieder, ein Mensch. Er stellt die Frage, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und hier ist die Antwort, mit dem 10. Und der Opfergabe. Es ging nicht nur um den 10. Es geht auch um freiwillige Opfer, die hin und wieder erbracht werden sollen. Vers 9. Darum seid ihr auch verflucht. Schauen Sie, es ist ein Gesetz. Und wenn man ein Gesetz bricht, dann hat man den Fluch des Gesetzes über sich gebracht. Mit anderen Worten, die Strafe des Gesetzbruchs. Deswegen sagt Gott hier, seid ihr verflucht. Denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die 10. in voller Höhe in mein Vorratshaus. Schauen Sie, der 10. bezieht sich auf den Zuwachs. Wenn Sie zum Beispiel Geld verdienen, wenn Sie einen Beruf haben, dann sind 10% dessen, was Sie verdienen, der 10. Deswegen wird es ja auch der 10. genannt. Der 10. Teil Ihres Einkommens. Und so heißt es hier, bringt den 10. in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit. Prüft mich hiermit. Spricht der Herr Zebaoth. Ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Viele meinen heute, sie könnten unmöglich den 10. zahlen. Sie kommen ja schon nicht mit dem aus, was sie überhaupt haben, mit den 100%. Nun, zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass der 10. Ihnen gar nicht gehört. Der 10. gehört Gott. Alles gehört Gott. Gott gibt Ihnen das, was er für Sie erschaffen hat, zum freien Genuss. Aber er verlangt von Ihnen, dass Sie 10% dessen, was Sie einbringen, zurückgeben an Gott. Und er sagt, ihr könnt die anderen 90% behalten. Und er sagt, wenn er dies tut, unabhängig davon, ob das jetzt auf eurem Papier da so zurechtkommt oder nicht, werde ich euch segnen. Und so verspricht er dies hier. Ich sagte vorhin, dass dieses Buch Malachi eine Prophezeiung noch für die Zukunft ist. Denn wir lesen in Vers 22 im gleichen Kapitel, Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, dass ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel an alle Gebote und Rechte, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der große und schreckliche Tag ist die Zeitspanne, Zeitspanne, wenn Gott in das Weltgeschehen eingreift, so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi. Er sagt hier, ich würde euch den Propheten Elia schicken, nicht den buchstäblichen Propheten, der war ja tot, der war ja im Grabe, aber jemanden, der im Geiste des Elia kommen würde, wie zum Beispiel auch Johannes der Täufer, im Geiste des Elia kam, um das erste Kommen Jesu Christi anzukündigen. So wird es also auch ein Werk geben, das das zweite Kommen Jesu Christi ankündigen wird. Und zwar wird dieses Werk tätig sein im Geiste des Elia. Und so sagt hier Gott in Vers 24, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Mit anderen Worten, Familienverhältnisse sollen wieder aufgebaut werden, die im Argen liegen, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage, oder wie es auch übersetzt werden kann, völlig vernichte. Schauen Sie, Jesus Christus hat gesagt, wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, die kommen würden, es würde kein Mensch am Leben bleiben. Er spricht hier von der gleichen Zeit, der großen Trübser der Zeit, wenn alles vernichtet werden würde, es sei denn, um der auserwählten Willen, wie es heißt, werden diese Tage verkürzt werden. Der Zusammenhang wiederum, das zehnte Gesetz. Nach wie vor gültig. Schauen wir uns einmal im Neuen Testament an, was Jesus Christus dazu zu sagen hat, im Buch Matthäus. Matthäus Kapitel 23 und in Vers 23. Matthäus Kapitel 23 und Vers 23. Und da sagt Christus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die sich sehr darum bemühten, den Zehnten zu bezahlen, aber so ganz genau, so pingelig, dass sie nicht einen Pfennig zu wenig zahlen könnten oder zu viel. Und Christus sagt hier folgendes in Vers 23. Wer euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Düll und Kümmel, also ganz pedantisch genau, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. In der Parallelstelle von Lukas wird dann auch noch die Liebe Gottes erwähnt. Aber schauen Sie sich an, wie Christus hier fortfährt, zu sagen, doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Er hat also keineswegs hier gesagt, ja, ihr braucht euch nicht darum zu kümmern, den Zehnten zu zahlen, im Gegenteil. Man soll das tun, aber man soll dabei natürlich nicht das Wichtigste im Gesetz, die Barmherzigkeit, die Liebe, das Recht und so weiter, ignorieren. Diese Dinge gehen natürlich Hand in Hand, die sind wichtiger als eine Zehntenzahlung, wenn man das richtig betrachtet. Es geht nämlich auch um die Motivation, warum man es tut. Aber er sagt klar und deutlich, man soll es nicht unterlassen, es zu tun. Es ist nach wie vor damals ein Gesetz gewesen. Und sagen einige, ja, aber das war ja nur so lange, wie Christus hier auf Erden war als Mensch, und als er dann starb, dann war das nicht mehr gültig. Dann hat er das aufgehoben, wie er den Sabbat aufgehoben hat. Wie einige sagen, hat er die ganzen Zehn Gebote aufgehoben und hat dann neue Gebote erlassen, die mit den Zehn Geboten identisch sind, bis eben auf das eine des Sabbats. So war das keineswegs. Christus hat das Zehnten Gesetz bestätigt hier. Aber er hat auch etwas anderes eingeführt, und das lesen wir deutlich im Hebräerbrief. Schauen wir uns einmal den Hebräerbrief an. Da wird auch viel davon gesprochen, dass sogar diese Stellen, die wir jetzt lesen werden, angeblich uns zeigen, dass das Zehnten Gebot heute nicht mehr verbindlich sei. Nun schauen wir uns sorgfältig an, was hier geschrieben steht. Hebräer, das siebte Kapitel. Hebräer, Kapitel 7. Und lesen wir zunächst einmal ein paar Stellen, isoliert betrachtet, und dann werden wir die ganze Stelle lesen. In Hebräer, Kapitel 7, und Vers 5. Da lesen wir zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen. Wir hatten ja von dem Bund gesprochen, den Gott mit den Leviten, den physischen Leviten geschlossen hat, der heute noch besteht, für unbekehrte Menschen. Aber gleichwohl würde hier eine Änderung stattfinden. Es heißt nämlich hier in Hebräer, Kapitel 7 und Vers 5, zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz, welches Gesetz ist gemeint. Wir hatten auch in der letzten Predigt gesehen, das Wort Gesetz muss je nach den Umständen, den Zusammenhang betrachtet werden. Hier geht es um das zehnten Gesetz. Das Gesetz, das Gott den Leviten gab. Gott hat ja einen spezifischen Bund geschlossen mit den Leviten. Es heißt also hier, zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz, das Recht, den Zehnten zu nehmen, vom Volk, also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammen. Also die Leviten hatten nach dem spezifischen Leviten oder levitischen Gesetz, das Recht, den Zehnten entgegenzunehmen. Lesen wir weiter in Vers 11. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Aber welches Gesetz? Nicht das Gesetz des Mose, denn das kam ja durch Mose. Nein, das Gesetz an die Leviten. Das levitische Priestergesetz. Also noch einmal. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen Priester oder einen anderen Alspriester nach der Ordnung Melchisedex einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen. Schauen Sie, hier wird ein weiterer Priester erwähnt. Der wurde nach der Ordnung Melchisedex eingesetzt. Also der war kein Levit. Das war etwas ganz anderes. Und er war etwas ganz anderer. Und so lesen wir weiter in Vers 12. Denn wenn das Priestertum, denn wenn das Priestertum, schauen Sie, verändert wird. Was wird verändert? Das Priestertum wird verändert. Dann muss auch das Gesetz verändert werden. Welches Gesetz? Das Gesetz, das sich auf das Priestertum bezieht. Also hier wird von einer Veränderung des levitischen Priestertumsgesetzes gesprochen. Aber worauf bezieht sich das nun? Wir hatten ja bereits in der letzten Predigt gesehen, solange wie Opfer erbracht werden, werden sie durch die levitischen Priester erbracht. Also es kann nicht um die Opfer gehen. Nicht, dass die Opfer heute für uns als Christen gültig wären. Keineswegs. Das haben wir auch klargestellt. Wir heute haben das Opfer Jesu Christi angenommen und brauchen da keine Tieropfer mehr zu erbringen. Aber um was geht es hier? Was wird hier jetzt verändert? Schauen Sie, das Gesetz wurde verändert. Das levitische Gesetz, das Gesetz, das an die Priester ging, das den Priestern erlaubte, von dem Volk den Zehnten einzuziehen. Das wurde verändert. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 7 und Vers 16 an, wie dieses Priestertumgesetz beschrieben wird. Er, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, dieser andere Priester, er ist es nicht geworden, nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbarem Lebens. Also dieses levitische Priestertumgesetz war ein Gesetz äußerlicher Gebote, ritueller Gebote, ritueller Satzungen. Der Erbefeld der Bibel sagt hier, fleischliche Gebote. Schauen Sie, die Menschen, die Leviten, das waren Menschen aus Fleisch und Blut. Also der Teil des Gesetzes, der den Leviten das Recht gab, den Zehnten einzuziehen, denn der wurde aufgehoben. So lesen wir in Vers 18. Damit wird das frühere Gebot, das frühere Gebot, das den Leviten das Recht gab, den Zehnten einzuziehen, damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Oder wie die Menge der Bibel sagt, weil es unbrauchbar war, weil die Leviten waren und sind schwache Menschen. Die können keine Vollkommenheit bewirken. Vers 19 sagt uns, denn das Gesetz, es geht hier um das levitische Priestertumgesetz, das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Und so musste eingeführt werden, eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Wenn wir den Zehnten zahlen, dann nahen wir uns zu Gott. Aber wie tun wir es heute? Wie sollen wir es heute tun, nach den Vorschriften der Bibel? Schauen Sie, diese Änderung des levitischen Priestertumgesetzes, von der wir hier lesen, bedeutet jetzt nicht, dass das Zehntengesetz abgeschafft sei. Es bedeutet lediglich, dass eine Änderung stattfand, wer nun den Zehnten entgegennehmen soll. Nach dem Alten Testament, nach dem alten levitischen Priestertumgesetz, waren es die Leviten. Aber mit dem Neuen Testament hat sich da eine Änderung ergeben. Schauen Sie, zunächst einmal müssen wir feststellen, dass das Zehntengesetz, lange bevor es überhaupt Leviten gab, bestand. Also das Zehntengesetz als solches, das kam nicht erst in die Existenz, als Leviten existierten, es wurde nicht erst unter Mose eingeführt, das bestand schon lange zuvor. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 7 und Vers 9 an. Da lesen wir, sozusagen ist auch Levi, den gab es aber noch nicht, aber sozusagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Und was sagt Paulus hier? Er geht hier auf eine Zeit zurück, als Abraham den Zehnten an einen damaligen Hohenpriester gab, den Priester Gottes des Höchsten, lange bevor es überhaupt Leviten gab. und Paulus sagt hier, also hier der Levi, der nimmt zwar den Zehnten von dem Volk, aber er selbst hat quasi durch Abraham, der war also in Abrahams Lenden sozusagen, noch nicht geboren, den Zehnten selbst gezahlt. Paulus will hier also andeuten, dass derjenige, an den der Abraham den Zehnten zahlt, weitaus eine gewichtigere Vollmacht hat und hatte als Levi. Nun, worauf bezieht sich Paulus hier? Schlagen wir 1. Mose Kapitel 14 auf, gehen wir zurück zu 1. Mose Kapitel 14 und schauen wir uns an, was damals geschah. 1. Mose Kapitel 14 und lesen wir einmal über das, was Abraham tat und stellen wir uns die Frage, warum tat Abraham das? War das so eine fixe Idee von ihm? Oder stand da mehr dahinter? Fangen wir an in Vers 18. Es geht ja darum, dass Abraham zurückkam, er hatte hier Beute gemacht. Vers 18 Aber Melchisedek, der König von Salem oder von Jerusalem, der trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Wir werden nachher noch sehen, wer dieser Melchisedek war. Er wird hier dargestellt als der Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deiner Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also der Abraham, der später Abraham dann genannt wurde, der gab diesem Melchisedek den Zehnten von allem, was er erworben hatte. Der Melchisedek war der Priester Gottes des Höchsten. In 1. Mose Kapitel 28 1. Mose Kapitel 28 Da lesen wir auch eine interessante Stelle in Versen 20 bis 22, nur um hier aufmerksam darauf zu machen, dass es den Zehnten bereits lange vor Mose gab. Und die Menschen wussten das. Das Zehnten Gesetz bestand schon lange bevor überhaupt die Zehn Gebote damals den Israeliten durch Mose wiederum verkündigt worden waren. Die Zehn Gebote bestanden nämlich auch schon seit der Schaffung des Menschen. Aber die hatten natürlich, die Israeliten, hatten die in Ägypten vergessen und verloren und mussten wieder daran erinnert werden. Und so lösen wir hier in 1. Mose 28 in Vers 20 bezüglich Jakob. Als der vor seinem Bruder Esau fliehen musste, weil der Esau ihn umbringen wollte, weil der Jakob ihn betrogen hatte, hatte den Vater Isaac betrogen. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen zu geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Nun, der Abraham, der hat es so getan, wie vielfach die Menschen heute es tun. Die wollen zunächst einmal gesegnet werden und dann geben sie den Zehnten. Er hätte es genau andersherum tun sollen. Er hätte schon von vornherein sagen sollen, ich werde dir gehorsam sein und dir den Zehnten geben, wie du es mir befohlen hast. Aber wir sehen auch hier an dieser Stelle, dass in der Tat Abraham und auch Jakob hier um den Zehnten wussten. Die wussten um den Zehnten, weil der Zehnte eben ein Gesetz war, ein Gebot war, was damals schon in Kraft war, das dann später natürlich, wie Malachi schreibt, in Kraft war, das im Neuen Testament in Kraft war und das nach Hebräer weiterhin in Kraft sein würde. Ursprünglich wurde der Zehnte an den Melchisedek gegeben. Dann zur Zeit des Mose an die Leviten. Im Neuen Testament sagt Paulus soll er wieder zurückgegeben werden an den Melchisedek, auf den wollen wir einmal kurz zu sprechen kommen. Wer war dieser Melchisedek? Zunächst einmal, Gottes Volk bezahlte den Zehnten lange noch bevor es Leviten gab. Wie wir gerade gesehen haben, die Leviten haben heute nicht mehr das Recht, den Zehnten einzunehmen, sondern dieses Recht wurde an einen anderen Priester übertragen. Und zwar, wie wir jetzt sehen werden, an Jesus Christus nach der Ordnung des Melchisedek. Hebräer Kapitel 7. Hebräer Kapitel 7. Und Vers 17. Hier ist jetzt von Jesus Christus die Rede. Da heißt es, denn es wird bezeugt, und hier wird sogar eine Stelle jetzt aus dem Alten Testament zitiert, aus Psalm 110 und Vers 4. Du, Jesus Christus, Du, bist ein Priester, in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Und wenn wir jetzt diese gesamte Stelle lesen, Hebräer 7, werden wir sehen, dass es Jesus Christus ist, der kein anderer ist, als dieser Melchisedek, der als Melchisedek zur Zeit des Abraham auftrat, der als Mensch gekommen ist dann, im Zeitpunkt des Neuen Testamentes, und der dann als Gott, wiederum auch der ewige Priester oder hohe Priester, nach der Ordnung des Melchisedek, sein würde und bleiben würde und für alle Ewigkeit sein würde. Und heute ist er unser hoher Priester, der für uns eintritt, wenn wir zu Gott, dem Vater, dem Höchsten, beten. Zunächst einmal Hebräer Kapitel 7 und lesen wir Vers 28. Hebräer Kapitel 7 und Vers 28. Da heißt es, das Gesetz, welches Gesetz? Nun lesen wir den Zusammenhang. Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern. Wiederum, es geht um das levitische Priestergesetz. Das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Das Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Der Sohn Jesus Christus würde das levitische Priestertum insoweit ablösen, dass er jetzt das Recht haben würde, das zu tun, was die Leviten tun durften, nämlich in diesem Zusammenhang den Zehnten entgegenzunehmen. Wer war dieser Melchisedek? Nun schauen wir uns einmal Kapitel 7 angefangen Vers 1 an, was die Bibel uns deutlich sagt. Dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, Jerusalem, Priester Gottes des Höchsten. Der ging dem Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm, Vers 2, gab Abraham auch den Zehnten, wie wir das gerade gelesen hatten, im ersten Buch Mose, von allem. Also der hat nicht hier irgendwie gesagt, also das Beste, das halte ich zurück. Nein, er gab ihm dem Zehnten von allem. Von allem, was er erworben hatte. Erstens heißt er übersetzt, dieser Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Also der war nicht nur ein Priester, der war auch ein König. Der König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem, König von Jerusalem. Wer war und ist wohl der König von Jerusalem? Das ist König des Friedens. Wer ist wohl der König des Friedens? Schauen wir uns Vers 3 an. Dieser Melchisedek, er ist ohne Vater, ohne Mutter. Der hat also keinen menschlichen Vater gehabt, keine menschliche Mutter, als er damals als Melchisedek dem Abraham entgegenging. Ohne Stammbau. Der hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Mit anderen Worten, der hat seit aller Ewigkeit existiert. Es gibt nur zwei Wesen, die seit aller Ewigkeit existiert haben. Gott der Vater und Jesus Christus der Sohn. Nun war der Melchisedek ein Priester Gottes des Höchsten, mit anderen Worten, Gottes des Vaters, denn der Vater ist ja höher als der Sohn, so muss also dieser Melchisedek Jesus Christus gewesen sein, der damals dem Abraham entgegenging, der damals von Abraham den Zehnten empfing. Nun er war noch nicht der Fleisch gewordene Christus, aber er war der Gott des Alten Testamentes, der sich den Menschen sichtbar offenbart hatte. Denn Gott der Vater hat sich niemals den Menschen sichtbar offenbart. Jesus Christus sagt ihr später im Neuen Testament, ihr habt niemals den Vater gesehen und noch seine Stimme gehört. Aber die Menschen haben Gott im Alten Testament gesehen. Ein weiterer Beweis dafür, dass es eben Jesus Christus war, der der Gott des Alten Testamentes war, der mit den Israeliten verkehrte. So lesen wir ja auch im ersten Korintherbrief, dass es der Fels war. Christus war der Fels, der ihnen nachfolgte. Er war derjenige, der sie aus Ägypten geführt hat. Er war derjenige, der für sie das Rote Meer gespalten hat. Und so weiter und so fort. Er war eben auch für eine gewisse Zeit lang König in Jerusalem. Der König der Gerechtigkeit, der Priester des Höchsten. Und die Menschen kannten ihn. Und Abraham wusste, wer er war. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und so lesen wir, er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, Vers 3, so gleicht er dem Sohn Gottes. Schauen Sie, er war damals natürlich noch nicht in dem Sinne, der Sohn Gottes, der er wurde, als er ein Mensch wurde. So glich er ihm aber. Und natürlich ist er heute wiederum das unsterbliche Geistwesen, das er war, bevor er ein Mensch wurde. Und so lesen wir, er bleibt Priester in Ewigkeit. Also er bleibt Priester in Ewigkeit. Kein Levit wird diese Stelle ihm abspenstig machen können. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 4. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priester zu empfangen, nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten zu nehmen vom Volk, aber von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammen, der aber, der nicht von ihrem Stamm war, das war ja kein Levit, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Nicht, dass er lebte, dass er lebt. Als Paulus dies schrieb, lebte dieser Mensch, Melchisedek. Der lebte, weil er eben Jesus Christus war, der Sohn Gottes, der einzige Mensch, der gestorben ist und wieder auferweckt worden ist zu ewigem Leben. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, die noch kommen werden, diese Auferstehung wird noch stattfinden, wenn Jesus Christus zurückkommt. Aber heute lebt Melchisedek, Jesus Christus, unser Hohepriester. Er ist derjenige, dem der Zehnte gegeben wurde. Er ist derjenige, dem heute der Zehnte gegeben werden soll. Nicht in Leviten, denn das war nur zeitweilig, vorübergehend. Und so lesen wir in Vers 9. Und so zu sagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Denn er sollte seinem Stammvater ja erst noch geboren werden, als Melchisedek diesem entgegenging. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen. Denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz, das Priestergesetz verändert werden. Denn der von dem gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie eine Amater gedient hat. Denn es ist ja offenkundig, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, zu welchem Stamm Mose nichts gesagt hat vom Priestertum. Schauen Sie von diesem irdischen Priestertum. Nach diesem irdischen Priestertumsgesetz könnte Christus kein Hohepriester sein, kein Priester sein. Aber es war eben dies nur ein zeitweiliges Gesetz, das dann verändert wurde. Das zehnten Gesetz allerdings bestand nach wie vor. Es bestand lange bevor die Leviten existierten und es besteht auch heute noch. Aber wie damals zeitweiligen Leviten das Recht gegeben worden war, den zehnten entgegenzunehmen, ist dies wieder zurückgegangen auf den Melchisedek, auf Jesus Christus nach der Ordnung des Melchisedek. Und wenn Sie den gesamten weiteren Verlauf dieser Stelle lesen, dann sehen Sie, dass es wiederum um den Melchisedek geht, den Hohepriester Jesus Christus, derjenige, der ist, der eben halt dem das Recht wieder zusteht. Nun, wie können Sie aber heute den Zehnten an Christus zahlen? Das geht ja irgendwie schlecht, Sie können ja nicht irgendwie in den Himmel gehen und da ihm den Zehnten vor die Füße legen. Wie läuft das heute? An wen soll heute dann der Zehnte gezahlt werden? Sicherlich nicht an die Leviten, sicherlich aber ist er nach wie vor ein Gesetz, das es zu beachten gilt, also an irgendjemanden muss er laut Bibel gezahlt werden, aber an wen? An wen? Denn wir hatten gesehen an Christus. Wo regiert heute Christus? Wo existiert heute Christus? Wo lebt heute Christus? In wem lebt heute Christus? Was ist seine Kirche? Wie wird seine Kirche beschrieben? Schauen wir uns einmal Kolosser Kapitel 1 an. Kolosser Kapitel 1 und lesen wir einmal Vers 18. Kolosser Kapitel 1 und Vers 18. Er Jesus Christus ist das Haupt des Leibes nämlich der Gemeinde oder der Kirche Er ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten damit er in allem der Erste sei aber Christus wird hier klar dargestellt als derjenige der das Haupt ist seines Leibes unser Leib ist die Kirche Gottes Kapitel 1 und Vers 24 nun freue ich mich in den Leiden die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib das ist die Gemeinde also auch hier wiederum wird die Kirche die Gemeinde als der Leib Jesu Christi beschrieben Kolosser Kapitel 2 die Verse 18 bis 19 Kolosser Kapitel 2 und Vers 18 Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinne und hält sich nicht an das Haupt von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken auch hier wiederum wird Jesus Christus als das Haupt seiner Gemeinde bezeichnet wenn sie ein wahrer Christ sind wenn Jesus Christus in ihnen lebt durch seinen Geist dann sind sie Teil seines Leibes sie können sich nicht einfach jetzt von diesem Leib abschneiden und sagen ich will damit nichts zu tun haben ich will mit keiner Organisation etwas zu tun haben denn ich habe ein individuelles Verhältnis mit meinem Schöpfer und Herrn Jesus Christus nein er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde der Kirche man kann es nicht alleine tun Jesus Christus macht das ganz deutlich schauen wir uns Johannes Kapitel 15 an Johannes Kapitel 15 die Verse 4 bis 7 bleibt in mir und ich in euch wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst wenn sie nicht am Weinstock bleibt so auch ihr nicht wenn ihr nicht in mir bleibt ich bin der Weinstock ihr seid die Reben wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts tun wer nicht in mir bleibt der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben werdet ihr bitten was ihr wollt und es wird euch widerfahren na dann sagen einige ja das ist ja eine individuelle Beziehung zwischen mir und Christus also so lange wie ich in Christus bleibe bleibt der in mir und dann ist ja alles in Ordnung schauen sie es geht hier nicht um die Einzahl von der Christus hier spricht es geht hier um die Mehrzahl er sagt wenn ich in euch bleibe und ihr in mir und er macht das ganz deutlich in Kapitel 17 Johannes 17 und in Vers 11 in dem hohen priesterlichen Gebet das er spricht kurz vor seiner Gefangennahme kurz vor seiner Verhaftung seiner Marterung seiner Kreuzigung Johannes 17 und Vers 11 da sagt er zu Gott dem Vater dem Höchsten ich bin nicht mehr in der Welt sie aber sind in der Welt ich komme zu dir Heiliger Vater erhalte sie in deinem Namen was ist der Name Gottes des Vaters Gott wie wir das schon ein paar Mal jetzt gelesen haben Melchizedek war der hohe Priester Gottes des Höchsten deswegen heißt heute auch seine Kirche die Kirche Gottes oder die Kirche des ewigen Gottes die Kirche Gottes erhalte sie in deinem Namen und so lesen wir erhalte sie in deinem Namen den du mir gegeben hast dass sie dass sie wer die Gemeindemitglieder die Kirchenmitglieder eins seien wie wir Jesus Christus und Gott der Vater eine Einheit wird hier beschrieben soll hier beschrieben werden Vers 20 ich bitte aber nicht alleine für sie also jetzt geht es nicht nur um die um die Jünger die damals mit ihm waren die elf sondern auch für die die durch ihr Wort an mich glauben werden damit sie alle eins seien wie du Vater in mir bist und ich in dir so sollen auch sie in uns sein damit die Welt glaube dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben die du mir gegeben hast damit sie eins seien wie wir eins sind als ein individueller Christ von allem abgeschlossen können sie niemals eins sein mit anderen Christen und schon mal gar nicht mit Gott dem Vater und Jesus Christus in der gleichen Weise wie Gott der Vater und Jesus Christus eins sind deswegen haben wir zum Beispiel diese Predigten damit wir ihnen helfen können diese Einheit zu erlangen die Einheit im Glauben die Einheit in der Erkenntnis und wenn wir Gelegenheit haben zusammen zu kommen wie zum Beispiel während des Festes des Lappüttenfestes oder Tage der ungesagten Brote auf das ich gleich noch zu sprechen kommen werde oder an anderen Gelegenheiten benutzen wir die Gelegenheit schauen wir uns Matthäus Kapitel 16 an Matthäus Kapitel 16 denn hier hat auch Jesus Christus etwas gesagt was einigen nicht so passt nun eine große Organisation hat diese Stelle auch hoffnungslos verwirrt und verdreht aber schauen wir uns an was Christus sagt Matthäus Kapitel 16 angefangen in Vers 18 da hatte nämlich Petrus Simon Petrus erkannt wer Jesus Christus war er sagte du bist der Sohn Gottes du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn und Christus sagt ja das hat dir aber Fleisch und Blut nicht offenbart sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart wer ich bin und jetzt sagt er hier in Vers 18 ich sage dir auch du bist Petrus ein kleiner Kiesel im griechischen Petros und auf diesen Felsen Petra im griechischen jetzt bezieht er sich auf sich selbst er sagt du bist zwar Petros du bist ein Stein ein kleiner Stein aber auf diesen Felsen Petra auf mich selber Jesus Christus will ich meine Gemeinde bauen schauen sie die Gemeinde ist erbaut worden auf dem Fundament der Propheten und der Apostel wo aber Jesus Christus der Eckstein ist der wichtigste Stein also Christus hat seine Gemeinde auf sich erbaut Petrus würde ein Teil des Fundamentes sein wie die anderen Apostel wie die Propheten vorhin bereits schon aber schauen wir uns an was er noch sagt die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen die Gemeinde die Kirche Gottes würde für alle Ewigkeit existieren und sie hat die gesamten Jahrhunderte hindurch existiert aber die meisten Menschen wissen nicht wo sie zu finden ist sie suchen überall an den falschen Stellen schauen sie die Gemeinde die Kirche Gottes hält zunächst einmal den Sabbat hält die heiligen Festtage diese Lehre würde beibehalten werden sie können in der Geschichte nachforschen zu welchen Zeiten die Kirche Gottes bestand durch wen sie bestand wer zum Beispiel den Sabbat hielt wer zum Beispiel die heiligen Festtage hielt und so gab es nie eine Zeit wo es nicht die wahre Kirche Gottes gegeben hat und so gibt es sie auch heute noch und Christus hat dies versprochen er hat gesagt die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen aber er hat noch etwas gesagt und das ist auch wichtig für uns zu begreifen vor allen Dingen für diejenigen die so an das individuelle Christentum glauben die meinen sie bräuchten keine Kirche sie bräuchten keine Organisation sie bräuchten keine Organisation beizutreten sie könnten sich taufen lassen und dann ihrer Wege gehen schauen sie was hier gesagt wird Vers 19 ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben Schlüssel sind etwas was etwas aufschließt oder zuschließt er sagt den Pharisäern ihr schließt den Eingang zum Reich Gottes zu ihr geht nicht hinein ihr lasst die anderen nicht hineingehen und so wird dieses Recht euch weggenommen werden und einem Volk gegeben werden das Früchte bringt die dem gemäß sind und so gibt er hier die Schlüssel des Himmelreiches des Königreiches des Reiches Gottes zu Petrus aber nicht alleine zu Petrus wie wir gleich sehen werden aber er sagt dir sind sie gegeben alles was du auf Erden binden wirst das soll auch im Himmel gebunden sein und alles was du auf Erden lösen wirst das soll auch im Himmel gelöst sein aber er gibt dieses Recht des Bindens und Lösens nicht nur an Petrus schauen wir uns Kapitel 18 und Vers 18 an da erweitert er es nämlich und er sagt er hier in Matthäus 18 und Vers 18 wahrlich ich sage euch jetzt spricht er alle Apostel an damals aber das geht auch auf diejenigen die die Nachfolge der Apostel werden würden die ganzen Jahrhunderte hindurch was ihr auf Erden binden werdet soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet das soll auch im Himmel gelöst sein das ist keineswegs jetzt so zu verstehen dass irgendein Mensch die Befugnis hätte Gesetze Gottes abzuschaffen und durch neu erfundene Gesetze zu ersetzen es geht keineswegs darum dass ein Mensch jetzt die Befugnis hätte ex cathedra zu sprechen und zu sagen so ist es jetzt obwohl es dem Gebot dem Gesetz Gottes widerspricht es geht aber darum dass wenn Zweifelsfragen aufkommen diejenigen die diese Autorität besitzen von Gottes Geist inspiriert diese Autorität haben bindende Entscheidungen für die Kirche zu treffen denn wir sollen ja alle zu der Einheit des Glaubens kommen wir sollen ja alle einig sein einig sein wie Gott der Vater und Jesus Christus eins sind und wir müssen dann auch den Glauben haben dass Gott diejenigen die diese Funktion erhalten haben auch dazu inspiriert eine richtige Entscheidung zu treffen ich sage das jetzt bewusst weil es haben einige die Frage gestellt warum wir zum Beispiel die Festtage wie zum Beispiel die Tage der ungesäuerten Brote zu den Zeiten halten zu denen wir sie halten weil andere sie zu anderen Zeiten halten die Kirche hat seit vielen Jahren 50, 60, 70 Jahren bereits schon klar und deutlich gemacht dass wir als Kirche Gottes uns an den hebräischen Kalender halten wie er den Juden anvertraut ist und in diesem hebräischen Kalender ist jetzt bereits schon seit langem festgestellt wann zum Beispiel jetzt in diesem Jahre 2012 die Tage der ungesäuerten Brote zu halten sind und auch im Jahr 2013 oder 14 oder 15 16 17 sie brauchen nicht darauf zu warten wenn jetzt in Jerusalem der Neumond gesichtet wird und dann herausfinden zu wollen wann die Tage gehalten werden schauen sie das ist eine bindende Entscheidung für die Kirche Gottes ich sage ihnen jetzt einmal die Daten im Jahre 2012 finden die Tage der ungesäuerten Brote statt vom 7. April bis zum 13. April das Passa das also nur für getaufte bekehrte Mitglieder der Kirche Gottes gilt das sollte nicht von jemanden genommen werden der noch nicht getauft ist das findet am Abend des 5. Aprils statt das Pfingstfest zum Beispiel findet dieses Jahr am 27. Mai statt und ich kann ihnen auch die anderen Daten dann geben für die Herbstfeste aber ich kann ihnen auch bereits schon sagen wann im Jahre 2017 nur um das als Beispiel zu nennen das Passa gehalten wird das Passa wird im Jahre 2017 am 8. April am Abend des 8. Aprils gehalten nach dem hebräischen Kalender wie das bereits schon lange festgelegt ist die Tage der ungesäuerten Brote vom 11. bis zum 17. April also wie gesagt es geht nicht darum jetzt zu warten wann der Neumond sichtbar ist das ist alles bereits schon festgelegt worden es ist von den Juden festgelegt worden Gott hat es den Juden anvertraut und der Kirche Gottes hat die Entscheidung getroffen das ist die Entscheidung der wir eben folgen müssen und haben es auch seit 50, 60, 70 Jahren getan aber warum ist es nicht jedes Jahr wieder erneut mit dieser Frage zu konfrontieren und zu beschäftigen weil einige daher kommen die meinen die wissen es besser wussten sie dass es über 400 Kalendervariationen gibt von Menschen die meinen sie hätten jetzt die Wahrheit gefunden wie man die Festtage zu berechnen hätte das ist keine Einheit das ist Verwirrung das ist Unordnung und Gott ist kein Gott der Unordnung sondern ist ein Gott des Friedens und der Einheit wir müssen heute nach wie vor den Zehnten zahlen aber wir müssen ihn eben an den Leib Christi zahlen und der Leib Christi ist die Kirche Gottes und sie müssen herausfinden wo die Kirche Gottes ist die Kirche die den Namen hat die Kirche die die Gesetze lehrt und die Kirche die auch danach lebt und die ihnen erklärt was die Wahrheit ist gibt es heute eine solche Kirche muss ein Christ organisiert sein oder kann er individuell zu seinem Leben leben schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 10 an was zunächst Paulus hierzu sagt Hebräer Kapitel 10 die Verse 23 bis 25 lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken denn er ist treu der sie verheißen hat und lasst uns aufeinander acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen wie einige zu tun pflegen sondern einander ermahnen und das umso mehr als ihr seht dass sich der Tag naht wenn man die Gelegenheit hat eine Gemeinde der wahren Kirche Gottes zu besuchen eine Versammlung dann soll man es tun und nicht irgendwie dem gleichgültig gegenüberstehen und sagen auch ich brauche da nicht hinzugehen Paulus warnt davor er sagt bei einigen ist das jetzt Usus geworden das zu tun aber das soll man nicht tun aber diese Stelle die letzte natürlich auch voraus dass es zunächst einmal eine Gemeinde eine Kirche Gottes gibt wo sich Menschen versammeln im alten Testament wurde Israel die Gemeinde oder die Kirche der Wüste genannt heute ist es die Kirche Gottes schauen sie das geistliche Israel schauen wir uns einige Stellen an die uns klar und deutlich beweisen dass die Kirche Gottes heute organisiert ist sein muss dass es nicht darauf ankommen kann dass jeder so individuell in den Tag hinein lebt in Epheser Kapitel 2 Epheser Kapitel 2 angefangen in Vers 19 so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist der Stein auf dem die Kirche gebaut ist auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist eine ganz klare Stelle die uns zeigt dass die Kirche Gottes organisiert ist sie wird mit einem Tempel verglichen und wir sind alle Bestandteile dieses Tempels aber nicht eben isoliert Epheser Kapitel 3 die Verse 5 bis 6 dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kund gemacht wie es jetzt offenbart ist durch seine heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist also hier wiederum auch wird zunächst einmal gesagt dass den Propheten und Aposteln etwas kundgetan wurde dass nämlich die Heiden also die Nichtjuden Teil sein sollten des Leibes Jesu Christi der Kirche Jesu Christi der Kirche Gottes Kapitel 4 Epheser Kapitel 4 angefangen Vers 1 so ermahne ich euch nun ich der Gefangene in dem Herrn dass ihr der Berufung würdig lebt mit der ihr berufen seid in aller Demut und Sanftmut in Geduld ertraget eine den anderen in Liebe nun wie kann man eine den anderen in Liebe ertragen wenn es überhaupt keine Kirche gäbe Seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens ein Leib ein Leib ein Geist wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung ein Herr ein Glaube nicht 10.000 verschiedene Glaubensschattierungen eine Taufe die richtige ein Gott und Vater aller der da ist über allem und durch alle und in allen die Verse 11 bis 16 und er Jesus Christus hat einige als Apostel eingesetzt wir hatten bis vor einigen Jahren einen Apostel in Gottes Kirche Herbert W. Armstrong der allerdings gestorben ist heute haben wir zur Zeit keinen Apostel in Gottes Kirche aber die Bibel zeigt uns dass es wohl doch noch welche geben wird in der Zukunft einiger als Propheten auch hier haben wir zur Zeit keine Propheten in Gottes Kirche und es gibt auch keine Propheten irgendwo anders die von Gott inspiriert worden sind aber die Bibel zeigt uns dass es in der Zukunft wiederum Propheten geben wird einiger als Evangelisten einiger als Hirten und Lehrer warum warum hat Gott das so organisiert damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes dadurch soll der Leib Christi erbaut werden erbaut werden die Kirche setzt also voraus dass einige Evangelisten sein werden einige Pastöre einige Lehrer einige Prediger Älteste damit der Leib Christi erbaut werde warum bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens Christus sagte ja wir sollen alle eins sein wie Gott der Vater und Jesus Christus eins sind damit sie alle hingelangen zur Einheit des Glaubens der Erkenntnis des Sohnes Gottes mit allen Worten der Erkenntnis die Jesus Christus der Sohn Gottes hat wir sollen zu seiner Erkenntnis kommen die er uns geben will zum vollendeten Mann zum vollen Maß der Fülle Christi damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Leere bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen mit dem sie uns arglistig verführen Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin der das Haupt ist Christus von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht dass der Leib wächst und sich selbst erbaut in der Liebe also wenn man solche Stellen lesen kann und meinen die Kirche die bräuchte heute nicht mehr zu existieren die braucht nicht organisiert zu sein der versteht nichts von dem was die Bibel sagt absolut nichts 1. Korinther Kapitel 12 1. Korinther Kapitel 12 die Verse 12 bis 14 1. Korinther Kapitel 12 die Verse 12 bis 14 da lesen wir denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat alle Glieder des Leibes aber obwohl sie viele sind doch ein Leib sind so auch Christus denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft wir seien Juden oder Griechen Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt denn auch der Leib ist nicht ein Glied sondern viele und wenn der Fuß spreche ich bin keine Hand darum bin ich nicht Glied des Leibes sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein und wenn das Ohr spreche ich bin kein Auge damit bin ich nicht Glied des Leibes sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein und so weiter und so fort Vers 18 nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt ein jedes von ihnen im Leib so wie er gewollt hat wenn man dies nicht akzeptiert lehnt man sich gegen den Willen Gottes auf Gott hat es so eingerichtet lesen wir Vers 24 aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben damit im Leib keine Spaltung sei sondern die Glieder in gleicher Weise für einander sorgen und wenn ein Glied leidet so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied geehrt wird so freuen sich alle Glieder mit ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied und jetzt wird wiederum gesagt wie Gott den Leib Christi die Kirche Gottes organisiert hat und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt schauen Sie Gott hat es getan Sie können nicht einfach jetzt jemanden einsetzen und meinen ja der ist also jetzt in meinen Augen ordiniert nein Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel zweitens Propheten drittens Lehrer dann Wundertäter dann Gaben gesund zu machen zu helfen zu leiten mancherlei Zungenrede mit anderen Worten das Talent in vielen Sprachen zu sprechen ich spreche zum Beispiel zu Ihnen jetzt in Deutsch kann aber auch zu anderen in Englisch sprechen dummerweise kann ich jetzt noch nicht in Spanisch sprechen aber wie gesagt das ist hier mit Zungenrede gemeint nicht irgendwie eine nebulöse Art von metaphorischem Reden die keiner verstehen kann wo man sich dann irgendwie auf den Boden schmeißt und herumrollt und meint man hätte jetzt die Gabe der Zungenrede erlangt aber Gott hat das getan schauen Sie Gott hat die Menschen so in seinen Leib gefügt gehen wir zu Kapitel 11 zurück 1. Korinther Kapitel 11 Vers 17 da lesen wir dies aber muss ich befehlen oh da ist Autorität in der Kirche dies aber muss ich befehlen ich kann es nicht loben dass ihr nicht zu eurem Nutzen sondern zu eurem Schaden zusammenkommt es geht hier um den Zusammenhang des Passa hier war die Kirche in Korinth die hielt das Passa in unwürdiger Weise zum ersten höre ich Vers 18 wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt also es gibt eine Gemeinde offensichtlich sind Spaltungen unter euch zum Teil glaube ich es auch aber man soll keine Spaltung in der Gemeinde haben wenn man sich richtig verhält weil man ja alle zur Einheit des Glaubens zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen soll lesen wir Vers 22 habt ihr denn nicht Häuser wo ihr essen und trinken könnt oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die die nichts haben was soll ich euch sagen soll ich euch loben hierin lobe ich euch nicht denn ich habe von dem Herrn empfangen was ich euch weitergegeben habe dass der Herr Jesus in der Nacht der er verraten war wann war das am Passarabend da nahm er das Brot dankte und brach es und sprach das ist mein Leib der für euch gegeben wird das tut zu meinem Gedächtnis desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis denn so oft ihr von diesem Brot esst aus diesem Kelch trinkt einmal im Jahr verkündigt ihr den Tod des Herrn bis das er kommt und ich habe ich weiß nicht wie viele Jahre ich schon am Passar teilgenommen habe also für mich gilt das ohne weiteres wenn es heißt so oft ich dies getan habe habe ich damit den Tod des Herrn verkündigt ich bin im Jahr 1974 getauft worden also rechnen Sie sich mal aus wie lange dann ich das Passar gehalten habe aber er sagt in Vers 28 der Mensch prüfe sich aber selbst und so esse er von diesem Brot und Trinke aus diesem Kelch und deswegen sagen wir wir sollten es nicht tun wenn wir noch nicht getauft sind weil im alten Testament durfte auch jemand an den Passar nicht teilnehmen der nicht beschnitten war heute sind wir durch den Geist Gottes geistlich gesehen beschnitten wenn wir den Geist Gottes empfangen haben denn es ist eine sehr gewichtige Verantwortung hier denn es heißt hier wenn er so ist und so trinkt dass er den Leib des Herrn nicht achtet der ist und trinkt sich selbst zum Gericht und darum weil viele damals unwürdig das Passar genommen haben sind viele schwache und kranke unter euch und einige sind sogar gestorben also es ist eine sehr verantwortungswürdige Tätigkeit aber schauen sie alles dies geht um die Gemeinde das Passar natürlich setzt ja voraus dass es eine Gemeinde gibt also zu sagen wir brauchen die Gemeinde nicht wir brauchen die Kirche nicht wir können isoliert weiterleben als individuelle Christen steht dem im krassesten Widerspruch zu dem was wir hier gelesen haben Apostelgeschichte 20 Apostelgeschichte 20 Sie mögen fragen was hat das alles mit dem zehnten Gesetz zu tun eindeutig der zehnte soll an den Leib Jesu Christi die Kirche Gottes gezahlt werden nicht an irgendwelche Institutionen die vielleicht gute Werke tun aber darum geht es nicht es ist ein Gesetz Gottes den Menschen erlassen den zehnten an Melchisedek den Sohn Gottes Jesus Christus zu zahlen und heute eben an seinen Leib der organisiert ist Apostelgeschichte 20 und Vers 17 also es geht nicht nur um die Gemeinde es geht auch um Älteste wer sind die Ältesten ordinierte Prediger sie können nicht von sich aus sich einfach zu einem Ältesten machen es waren ordinierte Prediger wie wir gleich sehen werden und die mussten ordiniert werden von anderen Ältesten und denen musste die Hand aufgelegt werden die Hände mussten denen aufgelegt werden die mussten in diesem Sinne Gott gegenüber als derjenige oder diejenigen präsentiert werden die jetzt das Amt der Ältesten empfangen würden wie zum Beispiel wenn sie getauft werden dann wird der Prediger ihnen die Hände auflegen damit sie jetzt gegenüber Gott als würdig erachtet werden dass er ihnen den Heiligen Geist gibt Ältesten wurden eingesetzt von Gott durch andere Älteste schauen wir uns einmal 1. Timotheus Kapitel 4 an und es sind die Ältesten denen die Macht gegeben ist das Recht gegeben ist zu binden und zu lösen nicht der gesamten Gemeinde die Kirche Gottes war niemals eine Demokratie die Kirche Gottes wie wir auch gesehen haben ist eine Hierarchie Gott hat eingesetzt zuerst Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter und so fort es ist eine Hierarchie ich verstehe dass einige von einer Organisation kennen die das also nicht in richtiger Weise gehandhabt hat und vielleicht jetzt dagegen eingestellt sind aber die Tatsache dass einige das Wort Gottes verdrehen besagt nicht dass man jetzt einfach das Wort Gottes dann ignorieren kann wir müssen dem treu bleiben was Gott uns sagt und so lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 14 Paulus sagt hier zu Timotheus einem Evangelisten Paulus der Apostel spricht zu dem Evangelisten Timotheus lass nicht außer Acht die Gabe in dir die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten es geht zunächst einmal um die Taufe es geht aber auch darum dass Timotheus zu einem Evangelisten ordiniert wurde durch Handauflegung der Ältesten und wir haben immer schon gesagt dass wenn jemand zu einem Prediger ordiniert wird Gott ihm dann eine extra Portion des Heiligen Geistes gibt damit er seine Aufgabe erfüllen kann wie auch im Alten Testament gewisse Menschen durch den Geist besondere Fähigkeiten erhalten hatten sogar handwerkliche Fähigkeiten um zum Beispiel an dem Bau der Schiffshütte teilnehmen zu können so lesen wir hier in 1. Timotheus Kapitel 5 und in Vers 22 da sagt nämlich jetzt der Paulus dem Timotheus die Hände lege niemandem zu bald auf also nicht vorschnell jemanden taufen nicht vorschnell jemanden ordinieren habe nicht Teil an fremden Sünden halte dich selber rein man soll also nicht eine Verantwortung tragen man ordiniert jetzt jemanden vorschnell zu einem Prediger und dann der misbraucht seinen Abend und Paulus sagt ja dann hast du in gewisser Weise eine Verantwortung dabei weil du das zu schnell getan hast also er warnt davor 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 6 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 6 Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran dass du erwächst die Gabe Gottes die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände sagt Paulus wiederum zu Timotheus die Gabe Gottes der Heilige Geist der ihm dem Timotheus jetzt durch die Auflegung der Hände zur Ordination und zur Ordinierung in größerem Maße gegeben wurde immer wiederum geht es um die Auflegung der Hände durch die Ältesten Lesen wir Titus Kapitel 1 und in Vers 5 Deswegen ließ ich dich in Kreta sagt Paulus zu Titus dass du vollends ausrichten solltest was noch fehlt und überall in den Städten Älteste einsetzen wie ich dir befohlen habe also Paulus hat dem Titus gesagt geh zu den Gemeinden und sehe wer da als ein Ältester privilegiert ist und ordiniere ihn zu einem Ältesten setze ihn ein als einen Ältesten einen Vorsteher einen Prediger innerhalb der Gemeinde schauen sie es war nicht die Gemeinde die den Ältesten eingesetzt hat es war hier der Älteste Titus der andere Älteste ordinierte und so hat es die Kirche Gottes immer schon getan die ganzen Jahrhunderte hindurch und so tut es die Kirche Gottes auch heute noch schauen sie man kann sich nicht einfach das Amt selbst anmaßen zunächst einmal Apostelgeschichte 14 Apostelgeschichte 14 Vers 23 und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein es geht hier wiederum um Paulus und Barnabas beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren auch hier wiederum geht es um das Einsetzen von Ältesten durch in diesem Fall die Apostel in jeder Gemeinde Hebräer Kapitel 5 gibt uns ein gutes Beispiel wie man zu einem Prediger wird werden kann wie zum Beispiel ein Hohepriester zu einem Hohepriester geworden ist weil der selbst ein Hohepriester werden wollte Hebräer Kapitel 5 und Vers 4 da sagt Paulus niemand nimmt sich selbst die Hohepriesterliche Würde sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron und so müssen auch heute die Prediger die Geistlichen in Gotteskirche von Gott dazu berufen worden sein und wenn sie dazu berufen sind und wenn die Früchte es deutlich machen dann wird Gott durch seine Predigerschaft einen Anwärter zu einem Prediger ordinieren anders geht es nicht und so lesen wir in Hebräer nein im ersten Timotheus Brief nun ersten Timotheus Kapitel 1 ersten Timotheus Kapitel 1 und in Vers 12 ich danke unserem Herrn Christus Jesus der mich stark gemacht und für treu achtet und in das Amt eingesetzt hat Gott hat Paulus in das Amt des Apostels berufen aber wussten sie wie es geschah zunächst einmal erschien Christus dem Saulus auf der Straße wie sie ja wissen und er wurde blind und er wurde dann getauft zunächst einmal wurde Paulus getauft und dann später wurde er ordiniert zu einem Geistlichen und dann noch später wurde er ganz eindeutig zu einem Apostel ordiniert durch andere Älteste er war nicht von Anfang an schon gleich ein Apostel aber es heißt Gott durch den Heiligen Geist inspirierte dann die Ältesten zu sehen dass er und auch Barnabas dieses Amt ausführen sollte Paulus hat sich das Amt nicht selbst angemaßt und wer heute meint er könne als Prediger fungieren ohne ein Prediger zu sein der begeht einen großen Fehler Römer Kapitel 10 einen gefährlichen Fehler in Gottes Augen Römer Kapitel 10 die Verse 14 bis 15 da lesen wir nämlich folgendes Römer Kapitel 10 Vers 14 wie sollen sie aber den anrufen an den sie nicht glauben wie sollen sie aber an den glauben von dem sie nichts gehört haben wie sollen sie aber hören ohne Prediger wie sollen sie aber predigen wenn sie nicht gesandt werden jemand der predigt ohne von Gott dazu berufen worden zu sein ohne von Gott dazu gesandt worden zu sein der nimmt ein Amt für sich in Anspruch das Gott ihm nicht gegeben hat und er wird und er wird dann auch seine Rechenschaft dazu ablegen müssen in wenigen Wochen werden viele von uns die Tage der ungesäuerten Brote begehen wussten sie dass der Sabbat erschaffen worden war als der Mensch erschaffen wurde dass aber die jährlichen Festtage der Kirche Gottes gegeben sind für die Kirche Gottes erschaffen wurden zunächst einmal für das alte Israel in der Wüste und so dann heute für die Kirche Gottes die Festtage gab es noch nicht als Adam und Eva erschaffen wurden die ersten Festtage die Tage der ungesäuerten Brote wurden in Ägypten eingesetzt schauen wir uns kurz in 3. Mose Kapitel 23 dies an auch alles dies zeigt wiederum die Notwendigkeit der Existenz der Kirche 3. Mose 23 3. Mose 23 die Verse 4 bis 8 dies aber sind die Feste des Herrn die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen man soll sich also an diesen Tagen versammeln wenn man die Gelegenheit hat ganz buchstäblich wenn man nicht die Gelegenheit hat wenn man nicht nah genug an einer Versammlung der Kirche Gottes ist dann kann man sich an diesem Tag wie auch am wöchentlichen Sabbat mit der Bibel beschäftigen hoffentlich sich unsere Predigten anhören viel daraus lernen unsere Lektüre lesen unsere Broschüren lesen und zu Gott beten dass er die Möglichkeit schafft uns einen Weg zu zeigen wie wir die Gemeindeversammlung der Kirche besuchen können und ganz besonders an den Festtagen wie zum Beispiel den Tagen der ungesäuerten Brote oder aber auch dem Laubhüttenfest im Herbst das nebenbei gesagt wenn es sich hier um das Jahr 2012 handelt dieses Jahr vom Oktober 1 bis Oktober 8 gehalten wird und zwar dieses Jahr von der Kirche Gottes im Norden von Wales oder natürlich auch in Kalifornien lesen wir weiter Vers 5 Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend zu Beginn des Abends ist es Herrn Passa und am 15. des selben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn da sollt ihr sieben Tage ungesäuertes Brot essen am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten da sollt ihr keine Arbeit tun sieben Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen das ist natürlich jetzt das Opfergesetz was heute nicht mehr zählt am siebenten Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein da sollt auch ihr keine Arbeit tun kehren wir zu 2. Mose 12 zurück und schauen wir uns an wie diese Tage der ungesäuerten Brote und das Passa eingesetzt worden sind 2. Mose Kapitel 12 die Verse 14 bis 20 2. Mose Kapitel 12 und die Verse 14 bis 20 ich überziehe wieder ein wenig weil dies die zweitletzte Predigt ist vor unserem Deutschlandbesuch es wird noch eine Predigt kommen also deswegen nehme ich ein bisschen mehr Zeit jetzt in 2. Mose 12 angefangen Vers 14 ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern es sollte richtig übersetzt heißen weggetan haben wer gesäuertes Brot ist vom ersten Tag an bis zum siebenten der soll ausgerottet werden aus Israel am ersten Tag soll heilige Versammlung sein am siebten Tag soll auch heilige Versammlung sein keine Arbeit sollt ihr dann tun nur was jeder zur Speise braucht das allein dürft ihr euch zubereiten haltet das Gebot der ungesäuerten Brote denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt darum sollt ihr diesen Tag halten ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung am 14. Tag des ersten Monats am Abend also zu Ende des Tages sollt ihr ungerührtes Brot essen bis zum Abend des 21. Tages des Monats so dass man sieben Tage lang keinen Sauerteig findet in euren Häusern also es geht nicht nur darum dass man jetzt während dieser Tage nichts Gesäuertes isst man soll auch vorher bereits schon allen Sauerteig aus seinen Häusern aus einem Auto aus allem was einem so gehört entfernt haben symbolisch ist dies zu sehen natürlich aber es ist gleichwohl eine Ordnung die nach wie vor heute angewendet werden muss es heißt hier denn wer gesäuertes Brot ist der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen sondern nur ungesäuertes Brot das heißt natürlich nicht dass man nichts weiter essen kann als ungesäuertes Brot es geht darum man soll kein gesäuertes Brot essen sondern eben nur ungesäuertes das bedeutet nicht dass man jetzt zum Beispiel keine andere Nahrung zu sich nehmen kann aber wenn man die Nahrung zu sich nimmt die muss eben ungesäuert sein darum geht es er sagt hier ihr sollt ungesäuertes Brot essen also ungesäuerte Nahrung zu euch nehmen wo immer ihr wohnt war das im Neuen Testament noch der Fall war das im Neuen Testament noch nach der Auferstehung Jesu Christi der Fall oder sind diese Gebote die Tage der ungesäuerten Brot heute abgeschafft nun Apostelgeschichte 20 Apostelgeschichte 20 da lesen wir in Vers 6 eine interessante Feststellung die kaum verständlich wäre wenn heute oder auch damals als dies geschrieben worden war es die ungesäuerten Brote nicht mehr gab da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 20 in Vers 6 wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tage zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage nun der Lukas hat das aber an den Theophilus geschrieben einen Heiden also nicht unbedingt einen Juden der möglicherweise von den Tagen der ungesäuerten Brote gehört haben mag nein der schrieb an einen Heiden der wusste aber worum es hier ging weil die Tage nach wie vor gehalten wurden auch für die Heiden und so lesen wir in 1. Korinther Kapitel 5 dass Paulus ganz klar macht dass die Heiden die Tage der ungesäuerten Brote in der Kirche Gottes gehalten haben 1. Korinther Kapitel 5 lesen wir angefangen in Vers 6 da sagt er zu den Korinthern einer heidnischen also nicht jüdischen Gemeinde euer Römen ist nicht gut wisst ihr nicht dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert darum schafft den alten Sauerteig weg damit ihr ein neuer Teig seid wie ihr ja ungesäuert seid und einige sagen ja die waren ungesäuert weil die eben keine Sünde hatten genau das Gegenteil ist der Fall schauen sie der hat ja angefangen Kapitel 5 in Vers 1 folgendes zu sagen überhaupt geht die Rede dass Unzucht unter euch ist und zwar eine solche Unzucht wie sie es nicht einmal unter den Heiden gibt dass einer die Frau seines Vaters hat und ihr seid aufgeblasen sie Sauerteig bläht auf ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden es geht hier darum dass die voller Sünde waren aber die hielten die Tage der ungesäuerten Brote und so sagt Paulus hier ihr sollt aber auch den Sauerteig der Bosheit aus eurem Leben entfernen nicht nur den buchstäblichen Sauerteig den schon aber es geht auch darum den Sauerteig der Bosheit der Heuchelei des Stolzes aus eurem Leben zu entfernen und so sagt er hier darum schafft den alten Sauerteig weg damit ihr ein neuer Teig seid wie ihr ja auch physisch gesehen ungesäuert seid denn auch wir haben ein Passalam das ist Christus der geopfert ist darum Vers 8 lasst uns das Fest feiern welches Fest das Fest der Tage der ungesäuerten Brote aber wie lasst uns das Fest feiern nicht im alten Sauerteig nicht im Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit das hat auch symbolische Dimensionen Christus warnte die Jünger und er sagte hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und er sprach aber nicht vom buchstäblichen Brot er sprach von der Lehre der Pharisäer und so sagt der Paulus hier nun ihr haltet die Tage der ungesäuerten Brote aber ihr haltet sie nach wie vor in einer geistlich gesehen schlechten Weise ihr habt geistlich gesehen auch immer Sauerteig schafft den auch weg das ist die Bedeutung der Tage der ungesäuerten Brote dass man sich dessen bewusst wird dass man Sünde in sich trägt die man beseitigen soll in diesem Falle steht die Sünde wird mit dem Sauerteig verglichen aber die Tage wurden nach wie vor gehalten und noch etwas wurde gehalten und noch etwas wird in der Kirche Gottes gehalten wenn wir uns versammeln an den Festtagen nur an den Festtagen es geht jetzt nicht um den wöchentlichen Sabbat aber wenn wir uns an den Festtagen versammeln dann tun wir etwas was bereits im Alten Testament verordnet war und wo es nirgendwo steht dass diese Verordnung nicht mehr gültig sei 5. Mose Kapitel 16 5. Mose Kapitel 16 und lesen wir die Verse 16 und 17 5. Mose Kapitel 16 die Verse 16 und 17 3 Mal im Jahr soll alles was männlich ist in deiner Mitte vor dem Herrn deinem Gott erscheinen an der Stätte die der Herr erwählen wird schauen sie wenn Gott eine Stätte erwählt wie er zum Beispiel jetzt während des Laubhüttenfestes in diesem Jahr eine Stätte im Norden von Wales erwählt hat da sagt Gott den Mitgliedern seiner Kirche da sollt ihr hin wenn es eben geht da sollt ihr hin und er sagt hier zum Fest der ungesorgten Brote wo Gott heute erwählt hat wo die Tage der ungesorgten Brote gehalten werden und die werden dieses Jahr bei uns in Speyer gehalten da sollt ihr hin sagt Gott zum Tage der ungesorgten Brote zum Wochenfest dem Pfingstfest und zum Laubhüttenfest sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen sondern an jeder mit dem was er zu geben vermag nach dem Segen den dir der Herr dein Gott gegeben hat es geht hier um freiwillige Opfergaben es geht nicht um den Zehnten Schande der Zehnte ist eine befohlene Anordnung es geht hier um freiwillige Opfergaben die zusätzlich zu dem Zehnten aber nur an diesen Festtagen gegeben werden sollen und zwar nach dem Segen den Gott uns gegeben hat das ist eine Sache die man sich selbst überlegen muss wie ist man gesegnet aber schauen sie Paulus sagt uns hier im zweiten Korintherbrief wir müssen aufpassen dass wir auch das wieder nicht zu einer Routine werden lassen und uns nicht klar werden über die Bedeutung dessen was hier gesagt ist denn Gott will sehen wo unser Herz ist Christus sagt ist euer Herz hier auf Erden wollt ihr euch hier Schätze auf Erden errichten oder wollt ihr euch Schätze im Himmel sammeln wo eben Motto und Trost nicht kommen können um das alles dann zunichte zu machen zweiten Korinther Kapitel 9 zweiten Korinther Kapitel 9 lesen wir die Verse 5 bis 7 so habe ich es nun wie nötig angesehen die Brüder zu ermahnen dass sie voranzügen zu euch um die von euch angekündigte Segensgabe vorher fertig zu machen so dass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes wir sollen uns auch heute auf die Opfer dieser Opfergaben siebenmal an den sieben heiligen Festtagen vorbereiten wir sollen nicht geizig sein heißt es hier ich meine aber dies Vers 6 wer da kerklich sät der wird auch kerklich ernten und wer da sät im Segen der wird auch ernten im Segen ein jeder wie er sich im Herzen vorgenommen hat nicht mit Unwillen oder aus Zwang denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb das ist das Prinzip das auch hinter den Opfergaben stehen soll das auch hinter dem Zehnten stehen soll wenn man den Zehnten nur gibt weil man ihn geben muss dann hat man den Sinn der Zehnten Gabe des Zehnten Zahlens total missverstanden einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und es ist derjenige der von Gott gesegnet werden wird wie wir dies im Buch Malachi bereits gelesen haben ich hoffe Sie haben heute aus der Bibel sehen können wie wichtig es ist dass wir die Gebote Gottes halten dass wir nicht meinen wir könnten einfach gewisse Dinge ignorieren weil die uns nicht so passen das aber auch wichtig ist dass wir den Zehnten zahlen aber auch an die richtige Stelle und dass wir ihn aus der richtigen Motivation heraus zahlen und dass wir auch nicht meinen dass wir individuell einfach so als Christen in Anführungszeichen weiterleben könnten wie uns das gerade so passt und uns abschneiden von dem Leib Jesu Christi der Kirche Gottes denn wenn wir dies tun dann sagt uns Christus ihr werdet sein wie die Rebe die letztendlich verdorren wird ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit in Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes 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 Vielen Dank.